Grüß euch, ich bin der Langecker Christoph, ich bin der Küchenchef im Neuhaus im Berchtesgaden. Das ist ein gutbürgerliches Wirtshaus mit einer langen Tradition, mit einer bayerischen Küche. Wir haben frisch gebratene Enten, Krustenbraten, Haxen, aber auch ein bisschen sommerliche Gerichte mit Sommersalat mit Pfifferlingen und Hühnerstrafen oder Seidlingsfilet mit Salat. So ein bisschen eine Standardküche natürlich auch mit Schweinefiletspitzen, Zwiebelrostbraten. Daraus kommen wir einen wunderschönen Biergarten mit Kastanienbäumen und herinnern das mit einem alten Gewölbe. Zum Trinken gibt es bei uns natürlich das Hofbrauer Berchtesgaden und als Weißbier haben wir natürlich das beste Weißbier der Welt, das Franziskaner. Wir haben täglich von 10 Uhr geöffnet, das ganze Jahr durch und im Sommer haben wir freitags immer einen super Grillabend mit Livemusik. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal.